geführt werden durch diese Kriegstreiber, weil wir allesamt Medien verblendet sind, weil wir auf ihre Hollywood-Produktionen abgefahren, zu mental blutrünstigen, gleichgültigen, egoistischen Phantasten mutiert sind, weil wir dadurch der ganzen Lustversklavung verfallen sind. Wir liessen uns schwächen durch alles Übel, was von Amerika auf uns einwirkte. Wir sind zu Sexsklaven, zu Drogensklaven, zu Alkoholsklaven, zu Spielsklaven verkommen. Wir sind zu Geld.